Servus, grüßt euch, ich bin der Eichel Oliver, ich bin einer von 36 Arzt, so wie es bei der Sparkass Rottal-Innen und ich nehme euch heute mal bei so einem klassischen Arbeitstag in unserem Haus mit. Ich habe mich für die Ausbildung bei der Sparkass entschieden, weil wir haben in der Realschule damals den Berufsinformationstag gehabt und da war die Sparkass auch vertreten, das hat mich ziemlich interessiert und dann habe ich das Praktikum gemacht und das war dann der ausschlaggebende Grund, weshalb ich mich bewahren habe bei der Sparkass. Starten werden wir unsere 2-3-jährige Ausbildung am Schalter mit direkten Kundenkontakt. Durch innerbetrieblichen Unterricht werden die fachlichen Themen vertieft und die praxisrelevanten Aufgaben trainiert. Über die iPads können die Azubis aktiv am Unterricht teilnehmen und sich so ihre eigenen Notizen machen oder direkt am Bildschirm ihre Ergebnisse aus Gruppenarbeiten präsentieren. Eins ist sicher, die Abwechslung und der Spaß kommen hier nicht zu kurz. Der größte Mehrwert für mich ist, dass die Berufsschule direkt vor Ort in Eckenfelden ist und dass am Freitag, dass wir dann um 3-4-1 das Schüler sind. Die Berufsschule in Eckenfelden findet im Blockunterricht statt. Hier werden alle Inhalte zu relevanten Themen wie Aktien, Kredit oder auch Zahlungsverkehr vermittelt. Das coolste bei der Ausbildung bei der Sparkasse Rottalin ist unsere Gruppenaktivitäten, die wir machen. Zum Beispiel das Azubi-Bowling. Da trifft man sich einfach mit den ganzen Bergen. Da hat man riesen Gaudi miteinander und danach kann man dann auch noch zurückgehen. Zum Ende der Ausbildung dürfen wir dann auch schon selbstständig Beratungen zum Thema Online-Banking und Kontoeröffnung durchführen. Als zusätzliche Unterstützung helfen uns hierbei die außerbetrieblichen Fortbildungen in Landshut. Du hast Lust auf eine abwechslungsreiche Ausbildung und ein familiäres Arbeitsklima? Dann bewirb die jetzt! Wir freuen uns auf die!